Hallo meine lieben Kreativlinge! Herzlich willkommen zum neuen Kooperationsvideo von Für mit Global Head. Erst einmal vorweg, alles was ich aus der Kooperation mir rausgesucht habe, aus dieser aktuellen, weil bei der anderen schulde ich euch noch ein paar Videos, aber die kommen, die habe ich schon alle abgedreht, werde ich in der Infobox verlinken, wie immer. Und natürlich den Rabattcode der NATHA10 ist. Genau. Ich habe heute dieses Set hier verwendet. Und zwar sind es diese Lolli-Verpackungen. Finde ich ultra niedlich, total süß. Ja, was haben wir dann? Da haben wir zum Beispiel eine Fledermaus. Da habe ich die ganzen Kleinteile rein übrigens, weil, ja genau. Dieses Teil ist quasi das, wenn ihr so ein Doppel, ich mache das gleich mit euch zusammen, wenn ihr so ein Doppelteil habt, ist das quasi der Boden. Das ist noch von der Fledermaus. Dann haben wir hier einen Kürbis. Hier haben wir einen Vampir. Ich wollte ja beinahe sagen, einen Elf. Das gehört auch zum Vampir dazu. Das ist die Mumie. Das ist Frankenstein. Hier haben wir eine Katze. Und da hängt noch was von Frankenstein dran. Und hier haben wir zum Beispiel die Wangen von der Fledermaus. Die könnte man aber auch auf die anderen drauf machen. Das sind die Füßchen von der Fledermaus. Da haben wir die Katzenaugen. Da ist die Katzenase. Das ist die Katzenase. Da haben wir eine Spinne. Dann vom Kürbis das Gesicht. Hier haben wir nochmal Augen. Das sind zum Beispiel für die Fledermaus gedacht. Und das Teil braucht ihr, weil ich war nämlich am Anfang etwas verwirrt, wenn ihr quasi nur diese einfachen habt. Ihr habt ja diese Doppelten. Oder eben diese Einfachen. Bei die Doppelten reicht der Boden. Und bei den Einfachen braucht ihr das Stück halt eben, damit ihr das dann vorne zusammenklebt und dann zusammen geklebt wird. Genau. Ich zeige das über euch. Wir fangen zum Beispiel mit dem Dr. Frankenstein hier an. Das wäre jetzt der hier. Aber da ich das ja nicht so lassen möchte, bekommt er noch ein bisschen Farbe. Ne, Vampir ist das ja genau. Ein Vampir. So. Dann klebe ich mal seine Haarpracht an. Die Augen male ich noch aus. Das ist ein bisschen realistischer ist. Übrigens werden die Sachen hier geprägt. Ne, hier sieht man die Zähnchen. Da ist die Nase. Dann. Ne, ich hoffe man kann es gut erkennen. Ne, so ein paar Details. Ich finde ihn nämlich echt ultra niedlich. Und wenn vielleicht ein paar Kinder bei uns vorbeischneiden, werde ich auf jeden Fall noch ein paar machen. Mhm. Aber bis dahin habe ich ja noch ein wenig Zeit. So, wo ist mein Falzband? Dann brauchen wir dieses Teil hier. Also ich muss sagen, bis jetzt war auch keine Falzlinie, eine Schnittkante oder halt das, was es nicht sein sollte. Passiert ja ab und zu mal. Und hier oben noch einmal. Da kommt dann der Lolli durchgesteckt. Und in Lolli würde ich dann erst, beziehungsweise das wird dann so zusammengeklebt. Und da gibt es so eine kleine Dreiecksbox. Ich habe jetzt hier so einen exemplarischen Lolli. Weil ich will jetzt noch keine 100 Lollis kaufen. Wobei die haltbar sind. Und dann klippt man das Ganze zu. So, dann klippt man das Ganze zu. Aber das mache ich jetzt nicht. Weil, wie gesagt, ich noch keine Lollis hier habe. Nur den einen hier. Und es wäre blöd sein, wenn ich jetzt alle zukleben würde. Ich zeige euch aber dann die anderen. Jetzt machen wir zusammen noch die Fledermaus. Weil ihr jetzt gesehen habt, wie das mit dem langen Teil funktioniert. Und hier ist die Fledermaus. Mit ihren Einzelteilen. Ja, da habt ihr dieses Doppelte. So. Das knickt ihr einfach so um. Und hier sind die ganzen Einzelteilchen. Jetzt muss ich erst mal selber gucken. Die Flügelchen. Klebe ich so hin. Ungefallen. So, das waren die Pfötchen. Die Pfötchen kommen hier unten hin. Ich muss mich erst in diese neue Position gewöhnen. Ich habe hier gewaltig umgeräumt. Und in meiner kleinen Bastel-Ecke. Und deswegen seht ihr auch den weißen Tisch. Aber so habe ich tatsächlich mehr Platz. So, dann gibt es da noch die Wänkchen. Da haben wir die Augen. Das ist halt alles sehr fusselig. Was tatsächlich nur überwiegend bei der Fledermaus. Wo so viel zum Kleben ist. Trotzdem finde ich die ultra niedlich. Ja. Ist noch nicht angetrocknet. So, dann kriegt sie noch die weißen Zähnchen. Dadurch, dass es ja geprägt wird. Kann man das relativ gut nachfahren. Da ist der Flügel ein bisschen nach innen gerutscht. Jetzt mag der Stift nicht mehr. So, dann machen wir noch einen schwarzen. Und da ist das Wänkchen ein bisschen verrutscht. So, dann kommen noch die Lichtpunkte in die Augen. Ne? Mag nicht. So, dann wird das hier umgefeilzt. Nicht gerade. So, das wird nämlich auch erst mal nur an einer Seite festgeklebt. Weil da kommt dann nämlich von unten der Lolli reingeschoben. Und kommt dann hier auf der anderen Seite unten zusammengeklebt. Genau. Da habe ich aber nicht ordentlich ausgemalt. Sehe ich gerade. Der schiegelt ein bisschen. So. Genau. Das wären eben diese zwei verschiedenen Varianten, die ich mal so zusammenbaue. Und jetzt zeige ich euch mal die anderen, wie die geworden sind. Das ist einmal der Kürbis, einmal die Mumie, ich habe jetzt die rosa Wänkchen gemalt. Man könnte das aber eben auch ausstanzen und aufkleben. Dann hier Frankenstein und die Katze. So, jetzt tue ich mir noch was vorbereiten und dann machen wir noch ein anderes Projekt damit. Aber, ja, muss ich erst mal ausstanzen. So, ich hoffe, ich habe jetzt soweit alles vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt die Fledermaus einmal in Grau ausgestanzt. Beziehungsweise nur die Hälfte, weil die andere Hälfte braucht man nicht. Das machen wir aber gleich. Wir fangen jetzt erst mal mit was an, was länger dauert zu trocknen. Hier habe ich einen Kartenaufleger. Der ist 10 x 14 cm groß. Den präge ich mir jetzt erst mal. Mal gucken, wie das Sandwich wieder kürt. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Das ist wahrscheinlich pipi einfach. Aber ich bin zu doof. So, so schaut es aus. Ah ne, jetzt habe ich die Farben vergessen. Seht ihr? Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Um... Oh... Das war's. Das dauert jetzt nicht mehr, aber das habe ich natürlich vergessen. So. Einmal den Rand so ein bisschen einenken. Weil damit kann man nämlich auch die Figuren so nehmen und eine Karte basteln. Ich habe jetzt halt die Fledermaus genommen, aber könnte man auch mit den anderen machen. So, der kann dann weg. Endlich da noch ein paar Flecken. Das Zeug mal retten. Okay, das mache ich dann später sauber. Aber das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis das trocken ist. Dann habe ich hier einen Greis ausgestanzt in Gelb. Und auch da habe ich natürlich keine Farbe hier. Da habe ich schon bald Hanni. Ich schaue nur gerade, ob ich... Ja. Ja, ist dunkel genug. So, das nehme ich dann später weg. In der Zeit bauen wir unsere Fledermaus zusammen. Und da schneide ich ja einmal jetzt die Seiten weg. So, da ist noch ein wenig unschön. Okay. Dann kleben wir sie mal zusammen. Ich habe hier schon mal soweit alles vorbereitet. Ah ne, äh, noch innen. Wo ist mein schwarz? Da wollte ich nicht, dass das halt zu lang dauert. Deswegen habe ich das schon mal vorbereitet. Ich habe mir vorhin so beim Basteln von den anderen Teilchen aufgefallen, dass man die ja eigentlich auch super nehmen kann für eben die, für als Figuren für eine Karte. Und nicht nur als... Als Lolli-Verpackung. Ich bin so konzentriert. Aber ich habe tatsächlich keine Prototyp-Karte gemacht, weil ich bin etwas unter Zeitdruck. Und dann habe ich mir eben gedacht, ach komm, magst du dann gleich im Video. Und dann passt es schon. So, dahinter brauchen wir noch rosa Ecken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu klein. Abschneiden kann man immer noch was. Oder auch nicht. Es verrutscht. Aber da muss ich Mühe abschneiden. So, jetzt machen wir das Ganze wieder an. So wie vorhin. Ich glaube, ich müsste nur die Technik sauber machen. Volle Konzentration. So, noch den Schnutenmund. Das ist zu wenig zu weit drin. Und dann die Zähne. Und die Lichtpunkte. So, dann wäre die Fledermaus auch schon fertig. Das sieht auch getrocknet aus. Dann klebe ich mir jetzt hier oben den Mond hin. Schneide es überstehend ab. Dann brauche ich noch meinen Kartenrohling. 10,5. Ich habe erst aufgeräumt, ne? Es war so ordentlich alles hier. Und ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Ja gut, ich bin mitten beim Basteln. Und ich hoffe, ich war jetzt die ganze Zeit im Bild. Weil es ist ja, wie gesagt, ungewohnt. So. Der kleine Kerl, der kriegt 3D-Pads drauf. Ist ein bisschen zu breit. Muss ich einen Ticken schmäler machen. So. So. Und mit den Schrauben. So. So. Und dann habe ich hier ein Happy ausgestanzt, Fokus, und zwar ist es aus dem Set hier, da ist ja Happy Halloween dabei, mit den großen Tags, und da möchte ich aber gern einen Schatten machen. Und zwar, wie gesagt, möchte ich einen Schatten machen und dann lege ich mir die Standschablone einfach auf das Papier, was der Schatten werden soll, und zeichne mit einem Bleistift außenrum. Das gibt leider nicht für alle Standschablonen Schatten. Und dann schneiden wir das Ganze aus. Jetzt wird es natürlich ein bisschen friemelig. Muss man nicht machen, aber ich wollte es ein bisschen hinterlegen. So. Volle Konzentration, vielleicht bin ich auch einigermaßen im Bild, muss mich erst noch an die Position gewöhnen. Den Rest ratieren wir weg, nicht knicken und dann kleben wir das Happy einmal auf und dann haben wir nämlich den fast perfekten Schatten. Das habe ich mit Halloween auch schon gemacht und dann kann ich das nämlich hier unten hin kleben, auch mit 3D-Pads. Ist natürlich etwas Arbeit, aber schaut cool aus. Ich glaube du bist ein wenig weiter oben Fledermaus, ein wenig zu weit unten. Ich glaube den machen wir so einen Ticken höher. Dann stand hier noch ein paar Fledermäuse aus, ein paar kleine. Die habe ich nämlich auch vergessen, aber hingelegt habe ich sie. So. 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 Na, bleibt kleben. So, und da oben noch eine hin, und so kann ich eben aus diesen Figürchen, ne, wenn man jetzt da bedenkt, wo ist er denn, klar ist ne andere Farbe, aber so kann ich eben aus den Figürchen auch eine Karte zaubern. Man muss es ja nicht rein als Verpackung sehen. Meine lieben Kreativlinge, ich sag Dankeschön fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit, bleibt gesund, bye bye.